Alright, let's go! Luigi! Okidoki! Dass ich nicht jetzt zu viel rede oder so hab, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Wie können Sie ein Mensch in unsere Domäne bringen? Easy, Gramps. Nichts, du sagst, du hörst auf Soray's side der Geschichte, auch? Das ist nur was ich zu tun. Du kennst voll die Regeln, Soray. Wie können Sie sie so schreiten? Ich bin sorry, Gramps, aber ich kann sie einfach nur da sein. Ihr Kind ist sicher zu bringen nichts, aber Probleme in unsere Domäne. Aber ich bin ihre Kind, auch, du kennst. Du hast mit unserer Kind gegründet, der in dir gegründet hat die Möglichkeit, uns zu verstehen und mit uns zu sprechen. Normale Menschen haben keine solche Kapazität. Du solltest das verstehen, mehr als jemand anderes. Ja, das ist wahr. Sie scheint nicht zu sehen, dass sie keine Resonanz hat. Aber Gramps, das ist die erste Mal, Soray hat eine Freundin gesehen. Vielleicht. Aber wenn sie nicht sehen oder hören, die gleiche Dinge wir tun, dann hat sie nichts in diesem Räumen. Ich habe die beiden von euch als meine eigenen, seitdem ihr aber gut gemacht. Und während ich mein Bestes für diese Lande schreiten. Und für das bin ich dankbar. Und ich habe das gemacht, weil die Zeit nahe, wenn Sie beide helfen können, um die Schrein zu schützen, wie alle anderen getan haben. Unsere Priorität ist die Peace of Elysia. Any intruders, egal wie harmlos, müssen sie rauskennen. Ja. Dann ist es Zeit, dass sie weg ist. Können wir sie wenigstens geben, um die Zeit zu vorbereiten, um ihre Gelegenheit zu schützen? Hm. Einfach schnell. Danke. Gramps. Ich weiß, ich weiß, MacLeo. Er bedeutet gut, in allen Dingen. Und das ist der sehr Grund, warum ich so Angst vor ihm bin. So viele Levelausstiege. Das Speedrunner-Paket. Hey! Hey, wow! Ist das Crest, was ich denke, ist? Ja, das ist die Mark des Shepherd. Ich wusste es! Die Schöpfung, die mit den Seraphim kommuniziert. Kontrollen ihre unglaubliche Macht, als ob sie seine eigenen sind. Der Shepherd! Haha! Sieht so wie dein Kind? Vielleicht. Ich habe immer gedacht, dass der Mankind-Savier wirklich ein bisschen mehr... ...underemposig. Be silent Seraph-Beast! Ich werde nicht. Hm. Excavated Relics, nicht Playtoys. True. Sie ist sicherlich, dass ihr Zeit genommen wird. Ich werde sehen, was passiert. Okay, da ist die letzte Kitarre. Aber hier kommt wieder meine Voice-Actor Reihe. Genau wie damals in Golden Sun. Ja, und was das Golden Sun Let's Play betrifft... Ihr habt ihr gesehen... Nein. Ihr habt ihr gehört, was mein Avermedia Live Gamer Portable... ...mein Tales of Cisteria Let's Play angetan hat, oder? Er hat ihn defekt gemacht. Und ich glaube, das wird auch mit Golden Sun passieren. Ich glaube, ich bin am Arsch, was das mit dem Aufnehmen betrifft von Konsolen. Aber vielleicht werde ich es irgendwann doch noch versuchen. Du bist der einzige Mensch hier, Soray. Sie kann uns nicht sehen. Vermutlich hält sie dich darum für ganz schön sonderbar. Ich schlage vor, dich nach Möglichkeit nicht verdächtig zu verhalten oder sie nervös zu machen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt schon ganz schön durcheinander ist. Verdammt, ich habe es nicht richtig lesen können. Ich habe fast Fehler gemacht. Ganz langsam lesen. Oh ja, von hinten muss ich es ja anquasseln. Gelächter! Ich vermute, dass wir nicht ihn 걱정ten. Okay, ich kann wieder etwas drücken und drehen. Ja, da war ich gerade dran. Ich bin mir sicher, dass das die Voice-Echterin von Sarah ist aus Final Fantasy XIII.2. Verdammt nochmal! Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Oh, Mann. Hm, die Kopfschmerzen verfliegen. Das ist gut. Das ist gut. Was ist deine Stadt? Well, ich bin aus der Kapitel, Ladylake, in der Kingdom of Highland. Ladylake? Wie in der Legend der Sacred Blade? Du hast es gehört? Es war in der Selestiere Rekord. The legend says the Lady of the Lake guards the Sacred Blade, and the one who draws it becomes the Shepherd, right? Yes. It was a lively and bustling town, blessed with bountiful water, rich in festivals and fine drink. Wait. Was? Well, it used to be. Things must be hard for folks in the world below. Below? The land that lies beneath the mountain tops. The land that lies beneath the mountain tops. I've never left home before. You've always lived here by yourself? Sounds to me like you're the one who's had it rough. Oh, let me help you get ready for your return trip tomorrow. You need anything? Bread, rations, stuff like that? That'd be great. If you have any tools or a sleeping bag, it'd be great too. Can I talk to you again and bustle? Good morning. Good morning. Come on! Hurry it up, Mikleo! We ain't got time to mess around! Yeah, I'll leave in a moment. Gramps gave me all kinds of things to take care of. I'm gonna be pretty swamped for a while. Bummer. Well, don't you worry about me at least. So, Ray, Gramps only wants... Yeah, I know. Mikleo! Maybe later. Sure. Good morning. You sleep okay? Yeah, like a log. Been ages since I've done that. Alright then, shall we? The prickle boars lurk to the left of the entry gate. It's an ideal hunting place. Got it. Gah! 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 Scheint so, dass ich reden kann und sie hat sich die Gruppe angeschlossen. Seht euch mal an, was für gute Ausrüstung sie hat. Oh ja, genau Ach, warum nicht? Ich bin ein Katzenfan, tut mir leid, Leute Wie sieht das aus? Das ist so viel Das ist so was von Nicht kompatibel Therapiekatze Und Sonnenbrille Das sieht so lächerlich aus Ah, was soll's Ich bin ein Katzenliebhaber Hey, Katzen for the win Und weshalb? Ähm Ja, schaut euch da einfach das Kit an In Telsocilia 1 oder 2 war es, glaube ich Da erklärt es Alvin des Halb Da ist ein Brickleboar So that's one, huh? Their meat is easy to preserve when smoked And super tasty And the skin has all kinds of uses, too I almost feel sorry for it Wanna leave? No My spirit is prepared Besides, I can't get this sort of experience back home Okay Okay, get ready Stachelschwein Auf geht's Hey, pretty smooth move Thank you You're rather capable yourself That's that Now it's with us a lady Okay Guess we need a few more Und deswegen habe ich Windscheiten angelegt Seht ihr dieses Flügelzeichen? Ihr werdet schon herausfinden, was das nachbekommen ist Wenn ihr wisst, was Windscheiten macht, ohne dass ihr das Video stoppt, während der Erklärung aufgekreuzt ist, dann schreibt es in die Kommentare runter Eure Belohnung Äh, ihr habt einen anderen geholfen Zu einfach Oh süß Hmm I think we've hunted enough So, now what shall we do? Don't worry I'll teach you how to make jerky And bags And sleeping gear out of it I am truly in your debt, Saray Let's head home for the day Er sagt das nur Ich ignoriere das Puh, mal sehen, wie viele Neun habe ich erhalten Ein normaler Spieler würde jetzt wahrscheinlich Nicht weiter trainieren Aber ich bin nicht normal So einfach Und ist euch schon aufgefallen, was los ist mit dem Flügel-Symbol da unten? Wenn nicht, dann werdet ihr es bestimmt bald da machen Autsch Autsch Nicht sicher Dial ready Warum ich trainiere Das werdet ihr später bald erfahren Ich kenne zwar schon die Geschichte, aber euch will ich nicht zu viel spoilern Keine Chance, ich komme da nicht hinunter Daneben Lass mal los Zu einfach Wenn ich könnte, würde ich die Musik umändern von dem Gewand Zu einer Legend of Zelda Kampfmusik Warum? Wegen meinem sogenannten Link-Kostüm Ja, ja, viele von euch werden jetzt immer noch wahrscheinlich behaupten Das ist nicht Link, das ist nicht Link Das sieht gar nicht ganz Link aus Oh je, es durfte ich mich gerade nicht weg Warum? Und tschau Oh, mein Computer ist wieder mal ne Bitch Okay, los geht's Sayonara Das hat vorhin funktioniert Warum lag das jetzt plötzlich? Kann mir jemand mal die Logik dahinter verraten? Computer, du wirst es wieder rein All die Tutorials, die angezeigt werden Ich glaube, die sind noch Die kommen viel zu früh Im Menü legt es wenigstens nicht 22 Auf was ich warte, wollt ihr wahrscheinlich jetzt wissen Darauf, dass die Sterne dort 5 erreichen Oder besser gesagt, ausgemergst sind Macht euch bereit Okay, los geht's Okay, los geht's Okay, los geht's ja ihr seht was dort steht und ihr seid nicht die einzigen das sind wahrhaftige spoiler was zure betrifft obwohl das werde ich wahrscheinlich schon wissen da ich sowieso neue spielfluss haben jetzt müsst ihr euch wirklich auffallen was mit windschreiten los ist ok los geht einer weniger zu einfach ok mal sehen ob wir gerade den text vergessen ich habe ihn extra einstudiert das wisst ihr ich studiere extra den text ein und schon sagt mein gehirn nope du musst es jetzt vergessen so viel dazu ein schön einstudierter text wieso wir es hat besser funktioniert als ich es einstudiert habe habe ich seht das seht diesen diese paar minuten hier als kleines HOW TO TRAIN an und glaub mir ihr werdet das müssen wenn ihr es auf Chaos probieren wollt so einfach ups wand ich bin mir sicher keiner von euch will wieder meine mädchen voice acting hören auf verdammt verdammt get rekt ok die das war zu zeit ich spreche nur englisch weil sie auch eigentlich sprechen Aber ich tue ja auch ein bisschen deutschreden, obwohl nicht ein bisschen. Autsch. War das etwa zu viel? Okay, los geht's. Okay. Bei ihr dauert es noch lange. Ich, ich schwöre es, die alten Ohrringe, die man bekommt und so weiter, das ist alles dasselbe. Das stärkt ihn, das stärkt ihn. Nichts, nichts. Könnte ich mal bitte ein neues, altes Schwert bekommen? Okay, los geht's. Autsch. Hehehe, einer weniger. Hey! 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 Have I truly been- Hey! Hey! Es laggt, der lag ist mir unbekannt. Warum passiert dir besser gefragt? Warte, wie bitte stand da kurz KP stehlen? Das Spiel besitzt Blutwaffen? Oh nein, das habe ich nicht gewusst, Wender. Ich habe das Spiel so schön fertig gespielt, aber ich habe noch niemals KP stehlende Waffen bekommen. Noch niemals. Einer weniger. Ich will das nicht tun, ich will das nicht tun, aber ich werde wohl späteste KP-Einstellungen auf Nied schrauben. Ich zwinge auf keinen Fall den Schatten zu entfernen, also das wäre grausam. Und ich habe das schon einmal getan. Computer, willst du mich verarschen? Okay, wenn ich schon hier im Menü lag, dann hat das was zu bedeuten, dass mein Computer irgendeinen Scheiß macht. Und sterbt! Ja, mein Computer spät mal wieder. Im ersten Teil hat das hundertmal besser funktioniert. Ich bin bereit! Ich bin bereit. Auch wenn ich richtig bin. Das ist halt einfach. Oh Yes, get up Oh, das ist ein das jetzt weiß okay dass wir jetzt schon können dass ich nichts gedrückt habe sehen wir das an da dass das einzige ist was ich jetzt noch aufleveln kann sobald bei ihr es aufgelöst ist wenn ich die rüstung abnehmen sollte ich nicht tun dass er neue spiel plus ist sie werde ich wahrscheinlich sowieso nicht oft spielen können ja ich verreue das wahrscheinlich noch wenn dann hätte ich das schon mal von anfang an machen sollen jetzt ist recht richtig da steht mal 30 das geht nicht höher glaubt mir und ich habe immer noch nur null galt das war gerade eben dämon zahne seht ihr 30 wahrscheinlich noch fünf kämpfe oder so einer weniger ich wünschte ich hätte das alle schattelz Lebe wohl! Ah, das ist lebendig. Wir! Und tschau! Das ist das! Lebe lacht, lebe lacht. Okay. So, Rüstungsteile haben sich schon ein bisschen verbessert. Warum sagt es, das wäre neu? Und warum sagt es, dass das hier nicht neu wäre? Seht euch die Fähigkeiten an! Die Herstellung bei erfolgreichem Ausweichen plus irgendetwas. Es gab wieder Herstellungen nachdem bei erfolgreichem Betäubung plus. Nicht elementar an das Kraft plus 10 und Wasser an das Kraft plus 10. Ja, ich erspare euch lieber, mein Mädchen-Boys. Besser. Entschuldigung, verfehle. Lebt wohl! Warum habe ich schon so viel Schaden? Äh, ich hoffe das auch. Was ist das? Hm, lecker schwarzes Zeug. Will jemand von euch noch Oaks und schwarzes Zeug? Ist das kein Aktion-Zugpunkt? Ne. Okay. Was ist der Ort? Was ist der Ort? Bist du schon hier? Na, du bist so süß. Ja. The forest at the base of the mountain is surprisingly easy to get lost in. Must be the power of Gramps Domain. Hm. Snack, oder Heilmittel? Huh. Werden sie sowieso wahrscheinlich... Nee. Ich bin jetzt ehrlich, wir werden sie sowieso nicht mehr lange sehen. Genügend. So getan, als ob ich nicht besser wüsst. Heh. Huh? Oh. Surae, deine Technik ist... Eclectic. Welche Schule bist du? Welche Schule? Ja. Ist es nicht ein Name signifying das Stil? Ihr Swordmaster's Name, vielleicht? Hm. Ich denke, meine wäre die Pricklebore School. Pricklebore School? Für mich, es war Essen. Für die Pricklebores, es war Survival. Every day, ich und sie. Ein never-endinges Leben oder Todes. Sie sind wirklich ein Kind der Natur, nicht wahr? Aber es war in den Tagen, die mich aufhörten, wie zu kämpfen. Es gibt keinen besseren Lehrer, keinen mehr genauer Taskmaster, als der humble Pricklebore. Das Pricklebore School. Du hast es! Aber ich denke, ich würde sagen, Taskmaster... Ach, so weit. So eine schlechten Witze sind besser als meine! Mist! Also, ja, ich mach jetzt das. Ähm... Schwächt bei Fokus. Okay, da kann ich sowieso nichts machen. Und jetzt verletzten sie das. Soraya? Oh, habe ich dich erwischt? Sorry about that. Du bist sicher in diesem Buch, nicht wahr? Ich habe es viele Mal aus meiner Kindheit gelesen. Ein Tag, ich will es um die Ruhe zu über den ganzen Welt. Ein Tag, ich will es um die Ruhe zu über den ganzen Welt. Und ich bin kein Excepter. Aber leider ist es, jetzt nicht die Zeit für ein paar Jaunen im Weltraum. Und ich bin kein Excepter. Aber leider ist es, jetzt nicht die Zeit für ein paar Jaunen im Weltraum. Und ich bin kein Chaos. Chaos? Mysteriöse Illnesses, incessant storms, Menschen in die Flamen. Es sind diejenigen, die sagen, sogar die Möge haben angefangen, um die Erde zu gehen. Sogar nicht mehr so sagen. Oh, auf einmal. Wasて nicht so sprechen Sie? Sie meinen nicht glauben? Oder Sie denken das eine Draug? Nein, ich... Die Situation ist auch in der Quartung. Huh? Oh, the chaos has caused abnormal climate changes all over the world. As a result, we are on the verge of enduring widespread crop death, famine, and starvation. And worst of all, are the rumors of governments planning to replenish their dwindling resources through war. It mustn't come to that. Can nothing be done? Who knows? There's nothing to hang on to but legends. Which is why you... Oh, never mind. I won't ask. I think I'm gonna just hit the hay here myself. Sleep well. Good morning. Good morning. You ready to get to work? We gotta make those rations and bags from the prickle bores we hunted yesterday. You got it. Haha. Afraid it isn't exactly super fun, though. Well, let me know when you're ready to start. Well, we're not ready to do the good thing. We're ready to start. Huh. What are you gonna do? Nothing. It's alright. Oh, I can't. No. Ich habe A gedrückt, Spiel, hast du das...? Okay, was auch immer. Great! Well, better rest up for tomorrow. I ought to let Gramps know. Wish I'd asked her more about the world below. Aber da erscheinen keine Stachelschweine. Leider. Ihr könnt also nicht mehr auffüllen auf 30. 22 ist das Maximum, das ihr haben könnt mit Objektkapazität plus. Hey Gramps, sie sagt sie's leaving tomorrow. Ich verstehe. Wir werden alle sicherlich sehen, dass ihr sie auf. Nach allem, man muss immer wiederhospitabel sein. Dankeschön! Ich bin wirklich auf dich. Vielen Dank. Willst du dich selbst okay? Ich kann nicht mehr Probleme für dich, als ich bereits habe. Ich verstehe. Du wirst gut. Nur folgst du den Mappen und du wirst durch den Forresten ohne Probleme. Oh, das ist nicht so. Ich glaube dir. Du bist. Huh? Das ist mein Name. Alicia Difta. Alicia? Du wirst sogar nicht wissen, wer ich war. Und du hast mir geholfen, ohne mich zu fragen. Wobei ich nur für mich selbst dachte. Du wirst dich ohne einen Namen, mit dem ich mich zu nennen. Du bist mir als ein Mann, ich bin schade. Bitte findest du in deinem Herz, um mich zu verabschieden. Es ist okay. Ich muss etwas zu Ihnen confessieren. Hm? Ich weiß, dass das so strange ist. Aber ich glaube, dass die Seraphim wirklich existieren. Die Mythen und Legende, die in der Schöpfung sind, in der Schöpfung der Schöpfung, müssen sie mehr als nur fairy-tales sein. Ja. Diese Krise, die unsere Welt verliebt hat. Ich glaube, dass nur diejenigen, die von der Schöpfung in der Schöpfung, in der Schöpfung, die wirklich verliebt werden können. Ich bin der Schöpfung. Die Schöpfung, du willst? Du wirst mich nicht verliebt? Alle in der Stadt machen. Natürlich nicht. Du bist ein wahrer Schöpfung. Du kennst das? Du kennst das? Der Schöpfung der Schöpfung wird in der Schöpfung in Ladylake. Ein Versuch, der wird aufgrund der Schöpfung der Schöpfung. Ein Versuch, der ich denke, dass du dich interessiert bist. Ich? Die Schöpfung... Die Schöpfung? Zeit, um zu gehen. Aber bitte, gib es ein bisschen ernst, wenn du dein Zeitst. Wie warum? Der Schöpfung, der ich in meinem Geist, wenn ich die legendäte bin. Ich muss sagen, er mich sehr an dich erinnert. Was ist das? Gramps hat mich gefragt, um die Ruins zu suchen und zu finden, um die Frau zu finden. Ich bin da da, um zu schauen. Also, warte. Das ist Alicia's? Das ist die Krest der Highland. Ich glaube, dass diese Alicia keine Ordnung ist. Ich weiß, dass das schwer für dich ist, aber es ist wirklich für die Beste. Gramps? Hmm, jemand hat mich verletzt, um meine Domain zu verletzten. Blastendammation! Hidt in deine Präsenz, oder? Crafty bugger! Everyone, be warned! There ist ein Intruder in unserem Raum! Find sie! They've concealed their presence! So chances are good! It's a Hellion! Search with extreme caution! We'll go too. Very well. If it is a Hellion, quick measures must be taken. I'm counting on you. I have a hunch we'll find it around the forest. Good idea! Sie können selbst auf sich aufpassen. Und außerdem passt Opa noch auf sie auf. Wir müssen zum Wald. Wenn ich mich irgendwo verstecken müsste, würde ich es als erstes dort versuchen. Ah, endlich kann ich wieder reden. Und es fällt mir eigentlich nichts ein. Großartig. Mir fällt nichts ein, was ich sagen könnte. Das ist so blöd. Also wäre ich gerade bei diesen zwei, würde ich sagen, wir müssen uns beilen und diesen Typen schnell finden. Okay. Ah! Aaaaaaah! Mason! Wie witzig. Ich habe nicht erwartet, dass ich etwas findes, als die Hauptbahnfahrt hier gefunden habe. Aber jetzt gibt es zwei andere Seite-Diches. Was auf der Erde ist das Ding? Ist das Hellion? Das ist nicht der Ort für einen, als du. Lass es einmal! Hahahaha! Impudent Brat! Ich kann den Angst, die Angst auszütteln von dir. Diese Tendere Arme versuchen, ihre Schmerzen. Sarray! Hmmmm... Aren't you a succulent treat? What? Did I stutter? I'm saying I'm going to eat you! As if... I can take you! Prepare to meet your doom, Hellion! Funktioniert? Okay, hier kommt mein Neu-Spiel. Plus-Charakter. Ich würde sagen... Hoch! Hoch! Warum funktioniert das plötzlich? Okay, was auch immer. All seine Arzten sind vom Element Wasser oder Nichts. Oh, Wasser und Erde. Oben und unten Angriff sind alles Elementen Nichts, sonst ist alles... Ja. Hä, das war zu einfach! Ja. 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 Was sind wir von uns? Geh mit dir, schlusser Mensch! Oder willst du uns alle auf einmal nehmen? Hm. Ich sollte nicht nachdenken. Nicht, wenn der Hauptsitzende ist. Mason! Wir können den Rest beantworten. Gramps, die Fox-schneidung. War das wirklich ein Hellion? Sie können mit uns sprechen? Ja. Das ist die Form eines Menschen, die ein Hellion geworden ist. Korruptlos, essentiell. Menschen können Hellions werden? Jetzt ist es Zeit, dass du nach Hause zurückgekommen bist. Wir sollten. Komm, wir gehen zurück. Genau. Also, es beginnt anew. Ähm, 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 Leute. Seht auf den Rang. Seht auf den Rang. Seht den Rang euch an. Und sag mir jetzt nicht, dass das überperfekt gewesen ist. Zwei. Hundert. Was ist denn mit dem Spiel los? Was war das? Hm. Was ist denn mit dem werden? Was ist denn mit dem hierher? Wie verrückt. Ich habe nicht erwartet, dass ich nichts von der Hauptbahnhof hier gefunden habe. Hm, zwei Handschuhe. Und jetzt spielt mein Computer rum. Das wird Legs geben. Himmelsstrom erlernt. Werd volle Handschuhe wiederhalten. Würde ich mal behaupten. Hm. Warum erinnert mich das an Tales of Symphonia? Ja. Naja, ein bisschen. Ich will zwar nicht angeben, aber ich würde behaupten, ich habe so gut wie 100% erledigt im Spiel. Zwar nicht jetzt, aber ja, ich werde einfach wieder 100% machen. Okay. Oh? Whoa! Mikleo! Warum bist du hier? Ich dachte, ich würde dich wegziehen. Well... Ich werde, auch. Seriously? Wir können noch mehr sprechen, während wir gehen. Wir haben keine Zeit. Aber aus dem Fuchsmann gesagt hat, ist es fair zu sagen, dass er nach Elisha ist. Du hast auch auf das, was? Natürlich. Jetzt, wir müssen uns. Hey! Was? Was hat dich in den Moment gefallen? Ich bin einfach wirklich glücklich, dass du mit mir gekommen bist. Ich bin einfach glücklich, dass du mit mir verletzt hast. Ich kann nicht, dass du mit mir verletzt hast. Ich kann dich nicht verletzten, dass du mit dir bist. Ich hoffe, Gramps ist verrückt, aber. Er war bereit für ihn, in einer Weise. Er wusste, dass du irgendwann mal weg bist. Hey! Ich bin einfach rausgekommen. Ich will ihn wiedersehen. Gramps hat immer gewusst. Und wenn du weg bist, kannst du den restlichen Tag mit Menschen leben. Ist das von Gramps? Wir brauchen Geld, um in der Gesellschaft zu kommen. Er sagte, dass wir das immer in einem Bind haben. Und es gibt auch eine Botschaft für dich. Gehe den Weg, in der du glaubst, und lege dein Leben zu vollen. Und ich weiß, dass du nicht nachher gehst. Das ist was er gesagt. Los geht's! Was? Okay. Oh, unglaublich! Bei ihnen selbst, die Leute sind so freundlich. Das ist weshalb, in Zeiten der Kalamität, sie betrachten für ein Shepherd, um sie zu retten. Hahaha! Hahaha! Das ist wirklich es! Das ist unsere Welt! Die Ere, die später so genannt wurde als die Zeit des Chaos, gab es einen neuen Shepherd. Das ist seine Geschichte. Okay, dann bereite ich mich jetzt mal vor, die Opening vorzuspulen. Das ist eine gute Idee. Als wir nach der Forst fließt, wir müssen nach dem Meer. Dann müssen wir einfach nach der Flüge gehen. Dann müssen wir einfach nach der Flüge gehen. Got es. Aber warte ein Moment. Wie Sie wissen all das? Das ist nicht kompliziert. Ich habe schon Informationen für den Tag den Tag. Auf Ihrer eigenen? Du hast mir nie gesagt, was ich? die opening vorgespulte ich keine lust habe auf kopierecht copy reclames jetzt weiß ich wie das klappt auch felsen ja wie schon gesagt ich habe kopfschmerzen und deswegen will ich nicht allzu viel reden ja und das ist nur eine kleine ausrede weil mir im moment sowieso nichts einfällt verdammt ich Ich fühle mich nicht mehr an, Gramps zu dem Domain. Das ist, weil wir die Forst verlassen haben. Unsere Abenteuer beginnt hier. Erst auf, wir müssen Alicia finden und sie wissen, dass sie vorhanden ist. Und dann, wir nehmen diesen Box-Guy. Es ist besser, dass wir die Konfrontation mit Hellions so viel wie möglich. Aber... Ich möchte ihn so viel wie du machen. Aber wir sind nur ein Seraph und ein Mensch. Wir haben keine Macht, um die Malevolenz zu purieren. Keine Ahnung, ihn zu verletzieren. Wir können ihn sogar selbst auswählen. Und wir können nicht mehr auf Gramps' Unterstützung auf. Du hast recht, Mikleo. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und was falsch ist überschrieben. Naaah, was soll's. Oh man, ich bin sogar noch immer müde. Ich werde langsam müde. Okay, los geht's. Ready, Mikleo? A wolf? No. No. It's a helyon. It'll... ...attack once it gives chase. Ready? Oh, no escape! How's this? How's this? I don't see the thing. Ouch. Missed me. I don't see the thing. Okay. Ouch. Can't believe we'd run into a helyon all of a sudden. What luck. Quite strange. I hope it's just a coincidence. Hm. Me too. Could it be I'm attracting them because they know I can see them? Who can say? It's too early to tell. Hey, Schlange. Hierher. Erteile allen Befehlen. Erteile allen Befehlen mit Ausrufezeichen. Und er ist aus dem Feld ausgelassen worden. Was für ne schlechte Übersetzung ist das. Und was meint sie mit Befehlen erteilen? Ich kann es auf Strategie was tun. Okay, Mikio. Greifstand die Gegner. Seltsam. Es bleibt immer noch tot. Oh ja, wenn ihr wissen wollt wie, dann benutzt den rechten Stick und drückt einfach und schon habt ihr's. Ha, was für ne gute Besetzung die Spielentwickler doch gemacht haben. Seht mal, dort steht sogar Doppelpunkt vorstürm. Angriff hat Vorrang. Mit welcher Taste mach ich das? Oder wie tue ich Ausschwärmen oder Angriffe böse? Oder wie tue ich Abwehr priorisieren? Sie zeigen nur, dass man Befehle mit den rechten Stick hineindrücken. Die löschen kann. So besser gesagt auch. Er drüben kann. Ah, ich musste wieder zuhörig spielen. Und danke spielen. Zu einfach. Oh ja, ich wusste mal so nicht. Wir machen dann aber nicht. Ah, das ist nicht so. Oh ja das ist. Ich habe das Gefühl, dass ihr das Gefühl habt. Ich habe das Gefühl, persönlich. Ich habe das Gefühl, das ist, dass ich auch nicht. Ich meine, es ist so pastoral. Also, nicht ein Buch über die Schrift, wie sie sagen. Aber für heute, zumindest haben wir eine gute Sicht. Es ist auch dein erstes Mal hier, oder? Was sagen Sie, sind Sie geimpft? Geimpft? Ja, bei uns milder geimpft. Eines der Events, die ich verfehlt habe, leider. Aber Gott sei Dank habe ich es nachgeholt im neuen Spiel Plus jetzt. Los geht's! Da unten, ein Gegner. Mit Weltkarte was ein. Ha, die legendäre Sanduhr. Äh, Finstertrunk? Finstertrunk. Finstertrunk. Jetzt fühle ich mich wirklich, als ich in einer anderen Welt bin. Es ist toll, dass ich eine Führung im Feld zu haben, aber nicht zu uns verloren. Ha, 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 ha! Wir werden einfach gut. Ich habe ein gutes Mal. Oh, das ist, das in der Selbstverschrift? Es ist ziemlich alt, aber ich werde wahrscheinlich wiederholen, als wir weitergehen. Weltenkarte. Feier nicht vor ne Sekunde. I had first. Und sterb. Hehe, zu einfach. Ah, hier kommt der Extrem- Hier kommt der Extrem- Hier kommt der Extrem- Leck, nur wegen diesem verdammten Karren. Ich will gar nicht wissen, wie viele Polygons das benutzt. Ich habe zu viel Mario-Hacks gespielt. Macht euch bereit. Ich bin sicher. Ja. Dammit. Woah. Ouch. Nichts! 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 Ich habe ihn mit Kara! Los, wir holen ihn! Das ist das! Ähm... Schritt sauber! Sternenrang und Katzenkampf sind brutal! Ich wollte nicht sagen Sternenkampf. Upsi! Upsi! Meh. Fehlschlag. Zu der Stelle gehe ich erst nachher. Schon ein stundenlanges Let's Play. Wow! Hoffe ich mal schön, dass Camtasia nicht... Nichts Dummes anstellt. Yes! Soft Ice! Meins, meins, meins! Moin, moin, moin! Sagen die Scouts. Oh shit! Getroffen! Oh! Hat's dich gewischt, du Flögeföhle! Sayonara! Nebel! Ups! Ah, mir passiert der verdammte Fehler, dass ich zweimal nach rechts oder links drücke. Dabei tue ich das sogar nicht fest. Äh, war hier nicht irgendwas? Wahrscheinlich eine blöde Frage, was ich jetzt getögt habe, kann ich schon dort nach drüben? Also hier muss doch irgendwo noch ein Event sein, das ich mal verpasst habe. Oder besser gesagt nicht der Band oder was anderes. Ah, hier, hier, hier! Was ich nicht wissen? Das klingt intensiv! Lee-awesome! Don't forget, es bedeutet auch mehr Hellions. Oh, genau. Hellions. Gramps sagte, dass wenn eine Malevolenz erhält, alles könnte ein Hellion sein. Also, diese Butterfly? Wenn Malevolenz erinnert, wahrscheinlich. Ah, das macht mich schmerz, wenn ich nur über das Gefühl denke. Das klingt gut. Lass uns alle vorsichtig sein. Dann, dann probieren wir's mal! Gehen wir dort hin! Dann, dann probieren wir's mal! Und, hast du was dabei zu sagen? Er hat nichts dabei zu sagen, was? Er hat das Spiel, was dagegen zu sagen. Das werden wir jetzt gleich wieder sehen. Nein, wir können hier rumlaufen. Was? Du hast mich erschreckt. Eins, Plünderer! Nimm dies! Okay, los geht's! Eins, Plünderer! Ouch! Ouch, ouch! Er fändet sich hier vielleicht irgendwann ein Scherz drum mit Tausten. Goal! Wow, 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 Gegner aus dem Nichts! Topfellsturm! Mist! Zu früh! Oh, ouch! Das ist ein Tännis. Das ist ein Tännis. Au! Ähm, was ist das? Ah, jemine! Und dies Okay, in der Schatz-Tour habe ich nichts Doppelstruck! Oh man, all right, das schreckt Und dies! Oh man, das war's Aua! Get rekt! Dragon is the computer best-seller, Triggs! Au! Doppelst! Au! Ah! Verdammter Gegner! Jetzt wusste ich nicht mal, ob ich heilen soll oder nicht heilen soll Ah, sicher doch! Oh man, oh man, das lief aber aus dem Ruge! Näääääh! Verdammte Gegner sind unsichtbar, wie unfair! schwarzes zeug wie lecker soft ice was macht soft ice art angriffskraft ich hab dich nicht mal bemerkt du misst dich es geht direkt ich schmeck dir das dein auer sterb endlich ciao schnauuch ouch sterb endlich noch nicht schnauuch Mistviech 1, 2, 3 Au Autsch Mistviech Autsch Bedankte Mistviecher Nein, lasst mich in Ruhe Ups, falsch Aua Mistviecher Au Autsch Lunaspannung Stromzahn Autsch 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 Wer mit? Wie schmeckte das zu Mistviech? Stirb endlich! Autsch Autsch Und dies Lebe wohl Wie schmeckte das? Stirb endlich! Traffic Autsch Autsch Ah, diese mäse Mistviech übertreiben es langsam Hier ist auch niemand, der uns im Weg stellt, hee Schmeckt dir das? Au, au Stirb endlich! Eisbründerer! Nimm das! Na ja, Sonic's Roster ja Ich hab doch auch fasziniert, oder? Gefrier Lanze! Freeze Lancer! Hab ihm Fehler gemacht Ja, ich hab Fehler gemacht Hallöchen Gefrier Lancer, jetzt bist du da Ja Gefrier Lancer Gefrier Lancer Ja Autsch, Autsch Mist, wie? Wie schmeckte das? Ist hier was drin? Ein Sperrnstein-Sperr Ein Sperrnstein-Sperr Ne, das war's für mich nicht Rampf! Ups! Ah! Neh, nehm, nackt ab, du Mistviech! Du gehst recht! Ich geh weg, ich hab viel zu was Eispünderer! Ah, warum kann ich auch hier hingehen? Das ist doch nicht dein Ernst! Okay, gehen wir jetzt dorthin, wo wir wirklich hingehen müssen! Habe mich ein bisschen aufgelabelt Und erreicht Und erreicht es sogar fast schon wieder ein Level Sagt was? Häh, ich muss noch besser werden mit Miklio Du bringst mein Level up Ein Sperrnstein! Autsch Nope! Ich versuch! Gefrier Lancer! Ich versuch das! Au! Wie schmeckt denn das? Schlieb endlich! Wenn dir das gefällt Gefrier Lancer! Gefrier Lancer! Gefrier Lancer! Kennt mich jetzt so einen Titel vertieft Level 8 Level 10 Er hat Level 10 bei diesem Titel Fähigkeit gegen Flügelgegner Dauer von Werterhöhung erhöht sich und Artverteidigung Nett Ähm Naja Ich würde sagen, das war's jetzt gleich damit für den ersten, äh für den zweiten Teil Ach, verdammt nochmal Wenn dann, dann sollte ich sagen das war's erstmal für diesen Teil Yes Und immer noch gibt es keine Morders für das Spiel Oder keine Mods Aber auch keine Leute die Mods für das Spiel machen Verdammt nochmal Gib mir jemand ein Save-Editor damit auch damit ich tausend Geld mir für den Anfang hercheaten kann Weil ich nicht nur mein Geld rüber senden kann Verdammt nochmal ich habe extra all das Geld geholt für einen guten Anfang Ich wollte auch speichern Das war wohl zu viel verlangt schätze ich mal hahaha vielleicht gleich aber zuerst mal ein Speicher wenigstens wenigstens die meisten Hante nicht nur aber es Anmels wie dieser kann uns sensen. Er gibt mir die Willys. Es ist nicht lustig. Jeder hat Dinge, die sie Angst haben. Wir sind die Sparrowfeathers, eine Reise von Merchants. Ich bin Agil, der Kapitän. Sie ist Rose. Schön, dich zu treffen. Ich bin Serae. Schön, dich zu treffen, auch zu treffen. Du hast endlich gelernt, wie nicht ein Creeper zu sein. Shut it. Oh hey, so if you're a traveling caravan, where are you traveling to? We're going all over the world. Wow. Wir sind durch ein Free Trade Treaty, meaning wir haben ein Free Pass zu gehen, wo wir alle, wo wir wollen. We're going all over the world. We're going to have to smuggle all sorts of crap, but for us, trust is first and foremost. Dishonorable trade is fine for dishonorable people, but we do things our own way. And we're damn proud of it. This must be the famed capitalism of humans. Sure seems that way. Yeah. We're planning to stay in Lady Lake for a while. If you need anything, just give us a holler. Ich werde jetzt folgendes rausreden können. We will. Thanks. Though they really ought to focus on their cart before drumming up business. Haha. So, Leute, jetzt seht ihr, was passiert, wenn man Ja klickt. Wenn Nein, danach sagt sie nur, oh, schade. Und wir können wieder mit ihr sprechen. Und sie fragt uns danach erneut das. Also, ich schätze, ich werde das jetzt tun, obwohl ich das wohl nicht tun sollte, was? Oh, Mann. Irgendwie will ich's nicht, aber irgendwie auch schon. Was soll ich tun? Ach, verflick's nochmal. Ich hab gespeichert. YOLO! Wow. Wenn du mich so fragst, mal rausfinden, was passiert, wenn ich Nein drücke. Aw. Tch. Lass mich wissen, ob du deine Meinung verändern kannst. Das meinte ich. Das sagt sie. Oh, wow. Das ist ein paar Niveau. YOLO! Miklio, bitte halte mich auf davor, dass ich's wirklich verkaufe. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich das tue. Na gut, ich habe vorher abgespeichert. Aber trotzdem. Ach, verflucht nochmal. YOLO! Ähm. 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 Lass mich raten, Leute, ich hätte das nicht tun sollen, richtig? Ähm. Ähm. Und preparations Elisha came her in, wenn sie wieder nach der entender. Ich wäre gerne der monoStière gesehen. Ich hätteариambraszt die craving von Prinzess nightstern für mich. Prinzess Elisha, okay? Whew. Ähm. bajo sich dort vé, wenn sie segne hat. D delays ge 모ofat hat. Aber auch. Anhalt dass sie die royalty was ver確bt. Ja, wir müssen sie wissen. Also, jetzt darf ich nur noch eine Speicherdatei überschreiben, da ich gerade etwas getan habe, das ich wohl bereuen werde. Ja, aufpassen, dass ich, dass ich, ähm, wow, ich erkenne kaum, was für eine Datei ich gespeichert habe. Ja, wir müssen sie aufpassen. Die Papierentwicklung? Ja, es geht jetzt. Und ich werde dich in, kurz wie die Karte ist. Okay, ich werde gleich auf. Hey, alle. Sorry about the hassle. Well, das war gut gegründet. Welcome to Lady Lake. Oh je, oh je. Warum habe ich das nur getan? Warum bin ich nur so verdammt neugierig? Jetzt wisst ihr jedenfalls, was passiert, wenn man es wirklich verkauft für alle neugierigen Leute da draußen. Ehehehe. Oh. Oh. Holy moly. So this is what Lady Lake is like. I can't believe it. So this is how humans live. Don't they find it overwhelming? Wow. Gosh, you'd think so. Just remember, this isn't a sightseeing trip. The real question is, do we try to find Alicia first or look for the Foxman? So, let's have a look around town for now. Good call. Let's gather information. Oh je. Die erste Tour. Drei weitere Schatztuben befinden sich hier in diesem Ort. Irgendetwas sagt mir, dass ich das bereuen werde. Warum habe ich das nur getan? Die Ansteinweste. Just what I needed. Ach, verdammt. Ich habe noch nicht blick hier ins Restaurant. Hey, son. How about these duds? Made from real silk. My old lady will swap me for it. But they're yours for just 860 gold. Oh, is that cheap? Sirei, behind him. The goblin? Should we give it what for? And have everyone think you're attacking the street vendor? you want to tour the inside of a human jail cell to everyone else he looks just like an ordinary human oh yeah okay keine neuen klamotten so viel zum so viel zum thema dass man neue klamotten im spiel besorgen kann ich habe schon alle die man sich mal holen kann ich schätze jetzt heißt es sich die klamotten downloaden gehen und ich habe keine klamotten mit denen man die musik umändern kann wisst ihr das ist das wichtigste für mich mir gefällt zwar die letzte version von von der kampfmusik von dem spiel hüln understand now child no matter how tough things get stealing is stealing shut up old man you smell like farts Das werde ich bereuen, was soll's. Huh? What the hell you want now? Woah. Noch ein goblin, oh nein. What, you got a problem? Oh hey mister, you smell like you'd be mighty tasty. Hey, let's get out of here. Oh hey, let's get out of here. Oh hey, let's get out of here. Oh hey, let's get out of here. Let's get out of here. Let's get out of here. Granted, Gramps is a particularly powerful Seraph. But even so, this town has a high concentration of malevolence. It's honestly making me a little sick. You gonna be okay? For now at least. I'm starting to think it'd be a bad idea to stay too long though. This place has even more Hellions than we imagined. They're wandering around right there in front of us, and yet we can't do a thing. Oh. I'm as frustrated as you are, but our hands are tied. We don't have the power of purification. Besides, there's a reason for the Hellion manifestations. They're feeding on the evil in people's hearts. And in such a pretty town. Probably part and parcel of life in human cities. and the well in peace. An opinion that you do not think much about this place, sure. Oh, thank god. And it looks at soulful. Will I not upload without all cards. Hellions? Kannst du laut sagen? Einen leeren Ring erhalten. Hä? Leeren Ring? Ausgegangen. Und jetzt ändere ich wieder so. Weil, was soll's. Ey, ich weiß, dass wir uns von dort fernhalten sollen. Sollte sowas von wirst, dann bin ich auch wiederum nicht mit klug. Eine Schafstour fehlt mir hier. Eine Schafstour, die ich nicht finden kann. Die Schafstour. Die Schafstour. Die Schafstour. Er ist hier. ja los keine Zeit zu verlieren so Alicia wirklich ist der Foxmanns Target Looks like it He probably retreated for now because of the commotion Safana halt Oh je, das wird wieder einen Kampf geben We thought that he would be this fast The dog's still chasing him We can't let him get away Zavante, it's going fast It's safe Looks like he cornered Are you ready? Of course Isn't there any other I don't know It's dangerous poopers Yeah 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 Can someone I can tell Connor Lord Wolf Meg So, you're really that eager to die, are you? Where are you? Where are you? Das ist der Wunsch! Er ist es! TAKE THAT! Mikleo! Ich werde das, ein Fittinges Ende für Worms, die Worms dare zu regeln als ein Gott! B-Boss! Nein! Ich versuche, ich war nicht... Quiet! Wer bist du? Wir werden dich wiederholen. Sei silent. Du hast vergessen unser Code, Lunar? Du bist alle von Second Chancen. Entstanden? Geh. Du bist alle. Die Verkaufung war ein Fehler. Prinzessin Elicie wird nicht mehr sein Ziel. Du wirst mich glauben? Wir haben unsere Ehre. Bleib. Die Prinzessin sind die Legion. Für diejenigen, die sich zu entfernen, die Verkaufung ist nur eine Möglichkeit, von vielen. Du hast größere Worte, als wer wir sind oder was wir tun. Ich sage, dass du auf den Pedestal, wo die Heilige Blatt ist gehalten. Warum sagst du mir das? Honor. Also... Ich glaube, ich sollte dich bedanken, für uns zu retten. Hm. Hm. Hey, bist du okay? Was? Was in der Welt? Es scheint, wir sind gegründet von einer Gegründung. Von einem... Was? Wir schaffen Alicia von Feindern aus, oder was. Sie haben den Foksegaden mit ihnen bekommen. Aber mehr als das, so sieht es, die Alicia noch nicht aus der Gefahr, noch. So sieht es. Was ist passiert? Hey, ich verstehe mehr als du. Let's just hurry to that pedestal Ähm, ah, endlich Schon wieder übermäßig viel Rang, wisst ihr Das ist so normal Das mit dem Galt hätte ich nicht tun sollen, hab ich recht Das wird mir zum Fängnis Denn ich bin Festivalstaff Das ist richtig, authorizeit personnel nur Alle anderen, gehen Sie weiter Aber es ist urgent Kannst du nichts tun? Fertig nicht Typisch wachen, typisch Du brauchst eine Hand? Du siehst, wie du in eine Binde bist Ich glaube, du willst auf diesen Pedestal jetzt, nicht wahr? Ja, Alicia könnte... Sie müssen das nicht wissen Ich meine, wenn du mir helfen kannst, das wirklich macht mein Tag Natürlich, aber wir brauchen ein paar Geld Geld? Ja Ja, du kennst den Garten da hinten? Er ist nicht averse zu ein bisschen Grease auf seiner Palme, wenn du meinst Wir können dich durch Wie viel? Let's see Ich denke, 1.000 Gold sollte es umsetzen Ähm Werde ich das für... Werde ich das wirklich bereuen? Oje, das werde ich bereuen, hab ich recht Das werde ich so bereuen 1.000 Gold ausgegeben Hehehehe So schnell geht das, Leute Der Steiger 2.000 Gold Bisp Tod 4.000 Gold Glut Das ist der Mann sia, w geht's. Okay, dann. Ich nehme deine Schmerz. Lass uns das. Na gut, das war einfach. Na gut, dann müssen wir zurück zu arbeiten. Vielen Dank! Die bekommt man nur ganz kurz, dann verliert man sie wieder. Gemein. Kann ich das Spiel speichern irgendwie? Hey Wache, darf ich kurz speichern? Heißt wohl nein. Na gut. Was denn, wenn ihr euch wundert, ich hab wirklich kein Schwert mehr an. Und so stark bin ich ohne Schwert. 135! Yay, beste Waffe! Und wer kann das sein? Das ist Sarei. Ah, ja. Derjenige unsere Prinzessin in den Ruinen. Sarei, das ist Lady Maltran. Sie wurde als Kommitte Leader für das Festival dieses Jahr. Sie ist auch derjenige, der mir die Weg der Speer. Nice to meet you. Ich bin Sarei. Es ist ein Prazer. By any chance, did you come here to attempt the trial of the Blade? Not just that. To tell you the truth. What this mysterious organization has told you is true. There are indeed those who think less than favorably of me. But even so, I cannot live my life in fear of them. What? What Alicia? Thank you so much, Sarei. I really appreciate your concern. Soon, the finale of the festival, the Flames of Purification will begin. Please enjoy yourselves. So this is what statespeople deal with. She didn't even flinch. Oh, that's right. Check out the pedestal. Oh, right. Hmm, oopsie. If no one else can see her, does that mean she's a Seraph? You probably can't remove the sword unless you can speak with her. Meaning no ordinary person can do it. Incredible! So that means the legends were true. Hey, say something to her. Me? Unless you want me looking like a total weirdo. But still... Ladies and gentlemen, my fellow citizens of Lady Lake. For the past several years, we have abstained from our beloved festival in light of the general state of the world. But this year, thanks to the grace and assistance of Our Lady Alicia, the Sacred Blade Festival can be held once more. We yet live in a time of crisis. Violent weather, geopolitical tensions, pestilence, famine... The list goes on. However, I believe that it is precisely times such as these that make our cultural traditions and celebrations all the more vital to maintain. Oh, wondrous Lady of the Lake, show us your power. Oh, merciful Lady of the Lake, hear our plea. Cleanse us of our sins and woes with your flames of purification. Citizens of Lady Lake, this jubilant festival shall be as a prayer to the heavens that we may know peace and prosperity. Some prayer, alright. This prayer of yours gonna give us our jobs back? The council already seized the crops and weaponry traits for the state. They might as well declare war and get it over with. Hey, lady, you trying to kill us? This ain't nothing but the council giving itself a pat on the back. Well, we're not gonna stand for it. Find someone else to lick your boots. Silence, do not disturb the festival. Enough! Ha! Serves you right! This whole riot was a setup. Look at that guard! This must be the work of the Chancellor. I can't believe they'd involve the citizens they swore to protecting the power struggle. Were we really so corrupt? D'Alicia! Seray, get your safety! No! You mustn't give in to hostility! Such emotions will breed Hellions! She turned into a Hellion! The evil in people's hearts gives rise to malevolence, and once it reaches a certain point... Lady of the Lake! Can you do something? You have the power of purification, do you not? A Seraph? And you can see me? That's not good. Mick Leo, put those flames out! The Black Flames are part of the Hellion itself! The most I can do is manage the regular ones! Okay! Seray, you really can see Seraphim, can't you? This isn't looking good! The Hellions are coming out of the woodwork! The power of purification is not my own. It is a power given to those who would draw the sacred blade and become my sword. Then I'll do it! What? Seray! Do not be hasty! To become my sword is to serve as a vessel for me to dwell in, and to assume the Shepard's burden. Blessed with the power of purification and abilities beyond human ken, cursed to be scorned by others and wrought with despair. To protect this land from the Hellions means a constant stream of agonizing decisions. It is a lonely battle, the likes of which you can scarcely imagine. That's the burden of the Shepard? And you want Seray to take all that on right here and now? It is not to be done lightly. May I ask you your name? Oh, of course. I am Lyla. Lyla. My dream is to investigate ancient ruins all over the world. I believe that the legends of the past hold knowledge about how humans and Seraphim might one day live in harmony together. I must find a way to make that happen. To bring humans and Seraphim together again, as it was in the days of yore. If purifying the Hellions will save both humans and Seraphim, then... Then it's the best chance I'll ever have to make that dream a reality. Are you really okay with this? Seray. That's why. I shall become the Shepard. I offer myself to you as your vessel, and shall bear your burden. I've waited long for this moment. For one who is pure of heart and free of corruption. A shining vessel to whom my words will reach. The shepard. The shepard. The shepard. H-ah... The shepard. Now Serray, take off the sword. You got it! ...Hallo legend of Zelda, like-Moment. Sag jetzt bloß nicht, das sieht nicht so aus. Flammen sind aus Sarei Surei, ist das wirklich dich? Geh zurück, Alisha. Hey, du kannst die Hellen, nicht wahr? Ja, nur die Rest der Flamen. All right, jetzt machen wir das! Seht ihr, was ich meine? Lailas heilige Klinge. Und lest, was dort es macht. Feuer schaden beim ersten Kombo-Treffer. Plus eins. Eine heilige, in Darmsee, verehrte Klingen. Besonderen Kräften versehen. Und seht, wie gut die ist. Die Angstkraft kann man zwar vergessen, aber seht die Abwehrkraft an. Sagt nicht, dass ihr die Einzigen, äh, dass ich der Einzige bin. Ihr wollt mit Sicherheit sicherlich auch diese Waffe. Ouch. Meine Favorit-Fächtung. Zereinigung meins. Weichei. Und erledigt. Chancelor Bartlow. Lady Alicia. We received word that there was a civil disturbance among the commoners. Indeed. However, it has already been quelled. By the appearance of the Shepard. The Shepard you say? Citizens of Lady Lake. I hereby announce that this year's Sacred Blade festival has come to a close. You heard him! Clear out at once! Please don't hold up traffic! Keep moving! Keep moving! Milady, I should like to ask the cause of all this at a later time. Lady Maltran, your presence is also requested. The Shepard of all things. Now then, it is time for me to return to my place within you. Yeah, I am the vessel after all. Now that's a creepy sight. Yep. What the... Seree? What's wrong? It's because I have entered his body. I'm afraid he'll have a high fever lasting about three full days. What? Why? Presumably the human body is reacting to the sudden presence of unknown powers inside of it. Those who make a pact with a Seraph usually wind up bedridden for a time. So that's what happens to one who becomes a vessel. I don't... feel... so good. Hey, are you alright? Not... really. I think I'll take a nap for about three days. S... Seree! Wow. Wow. Der Rang kann sich nicht sehen lassen. Uuuuuh, sieht sich jemand das schöne Galt an? Sicher, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Näääh, dann eben nicht. Hey. Well, well, good morning. Morning, you two. You okay? Better than before. Where is this? What happened to me afterward? You're at the inn in Lady Lake. Alicia graciously took care of the arrangements. You really were asleep for three days straight, you know? Was I? Now that Seree has awoken, why don't we all take a walk around town? I'm game. Alright, let's go. Let's go. Let's go. He's finally awake. Thank goodness. Oh my. He's younger than I thought. It's the shepherd. Literally an overnight celebrity. Indeed he is. He's younger than this? Okay. Hey. speichern zu können sprechen über das schnelle speichern hoch das war's dann endlich mal heute also bis zum nächsten mal see you next time